Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Donnerstag. So und ich werde versuchen, mich heute ein klein wenig kürzer zu fassen, denn wir wollen gleich das Dachtekenduett aufzeichnen. Und dieses Dachtekenduett erscheint dann heute auf unseren alternativen Kanälen, vermutlich irgendwann im Laufe des Nachmittags. Deswegen an dieser Stelle wie immer der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer hier bei YouTube, abonnieren Sie uns auch auf Odyssee und bei Telegram, damit Ihnen in Zukunft nichts mehr entgeht. Tja, und Ihnen könnte selbstverständlich hier auf YouTube einiges entgehen, denn ich möchte Sie weiter darüber informieren, was uns YouTube heute zugeschickt hat. Nämlich die Aktualisierung der Community-Richtlinien. Ich wollte kurz aus der Mail, die wir von YouTube erhalten haben, zitieren. Für November gilt ab sofort Änderungen an der Durchsetzung unserer Richtlinie zu Fehlinformationen über Wahlen. Ab diesem Monat gilt unsere Richtlinie zu Fehlinformationen über Wahlen, auch für die brasilianische Parlamentswahl 2022. Nachdem das Ergebnis der Wahl vom TSE, dem obersten Wahlgerichtshof in Brasilien, bestätigt wurde, entfernen wir Inhalte, in denen fälschlicherweise behauptet wird, der Ausgang der Wahl sei durch groß angelegte Betrügereien, Unregelmäßigkeiten oder Pannen verfälscht worden oder die amtlichen Ergebnisse seien falsch oder gefälscht. Tja, nichts liegt uns hier auf diesem Kanal natürlich ferner, als die Ergebnisse dieser Wahlen, die in Brasilien stattgefunden haben, irgendwie in Zweifel zu ziehen. Also daran, dass diese Wahlen nach allen Regeln demokratischer Kunst durchgeführt worden sind und selbstverständlich das Ergebnis absolut von vornherein, absolut, also durchweg korrekt sind. Also daran gibt es für uns keinen Zweifel. Wir wollen das an dieser Stelle deutlich betonen und wir möchten an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass gerade diese Wahlen in Brasilien doch wieder deutlich hervorheben, wie stark unsere Demokratie eigentlich ist und wie stark die Demokratie überhaupt weltweit ist, was die Demokratie eigentlich für ein wundervolles Instrument für uns alle ist. Denn mit Blick auf Brasilien stellen wir fest, dass es in einer Demokratie wirklich jeder, wirklich jeder zu Amt und Würden bringen kann. Selbst ein Verurteilter, ein Verurteilter, wegen Korruption verurteilter Kommunist kann es schaffen, in Brasilien zu höchsten Ämtern und Würden zu kommen. Meine Damen und Herren, wenn das kein Argument für Demokratie ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Nun, in Brasilien selbst, da gibt es immer noch eine Horde, eine Horde von Verschwörungsanhängern, die tatsächlich glauben, es sei dort nicht mit rechten Dingen zugegangen. Also Telegram beispielsweise ist voll von Videos mit Leuten, die dort zu Hunderttausenden die Straßen säumen. In vielen, vielen Städten gehen die Leute in Brasilien, also Verschwörungsgläubige, gehen in Brasilien auf die Straße, gehen auch direkt vor die Kasernen des Militärs und bitten um Hilfe. Ja, dass man diese Wahl doch bitte rückgängig machen soll. Also das, also mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich bin also durchweg entsetzt. Sie erinnern sich ja, wir hatten das Thema gestern erst. Also Bolsonaro hat ja haushoch verloren. Ja, und das vermutlich auch zu Recht, denn Bolsonaro hat keine gute Politik gemacht. Und die Leute vertrauen dann schon eher einem, wie gesagt, wegen Korruption verurteilten Kommunisten. So, und ich wüsste nicht, was daran jetzt auch nur ansatzweise, ja, zu kritisieren wäre. Ja, meine Damen und Herren, so viel zu Brasilien. Wir werden weiterhin gespannt unseren Blick darauf richten, was sich da noch entwickeln wird. Ja, wie gesagt, die deutschen Medien berichten nicht allzu ausführlich über die Zustände dort. Also zumindest habe ich gerade versucht, mich zu bemühen, etwaige Informationen über die Zustände in den Mainstream-Medien zu finden und wurde da leider nicht besonders fündig. Und ja, da bleibt einem halt nur der Blick auf Telegram. Also wie gesagt, legen sie sich zwingend auch einen Telegram-Account zu, wenn sie noch keinen haben. Ja, was berichten die Mainstream-Medien denn stattdessen? Der Fokustitel zum Beispiel bis zu 70% mehr. Viele Lebensmittel jetzt noch teurer. Also wie gesagt, all die Rewe, Lidl und wie sie alle heißen, die sahen sich jetzt genötigt, im Laufe dieser Krise die Preise weiter anzuheben. Und ja, als Grund wird natürlich genannt, die stark gestiegenen Energiepreise, die selbstverständlich auch die Produzenten hier in Deutschland mit voller Härte treffen. Also eine Wurst, die produziert werden muss. Sie braucht halt auch Energie. Die muss gelagert werden, die muss gekühlt werden und so weiter und so fort. Und ja, diese Preise, die werden jetzt an uns Verbraucher weitergegeben. Ja, und hier in Deutschland, ja, Sie wissen, wie das ist mit der Energie. Da scheint man sich ja immer noch auf Wind und Sonne zu verlassen. Das, ja, Wind und Sonne liefern jetzt gerade nicht so viel, wie sie eigentlich sollten, dass die Energiepreise in den Keller gehen könnten. Nein, nichtsdestotrotz an diesem Glauben scheint man irgendwie noch festzuhalten. In Polen hingegen ist man deutlich, deutlich klüger als jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. In Polen will man nämlich die, ja, wie es so schön heißt, die Klimarettungsziele einhalten und plant deswegen den Bau zweier Kernkraftwerke. Ja, dazu sollte man sagen, Polen ist, also Polens Hauptenergieträger ist bis heute die Kohle. Also 70 Prozent der Energie wird aus Kohle gewonnen. Ja, und davon will Polen jetzt loskommen und wie gesagt, plant deswegen den Bau zweier Kernkraftwerke. Ja, und man ist in Polen ein klein wenig verwundert, wie die Politik hier mit diesem Thema, also insbesondere Kernenergie, umgeht. Also man ist verwundert und fragt sich, ja, wie kann es sich Deutschland überhaupt leisten, drei noch voll funktionsfähige Kernkraftwerke einfach abschalten zu wollen. Man ist ratlos und man fragt sich, was das alles soll. Tja, wir wissen auch nicht, was es soll. Jedenfalls Robert Habeck ist ja diesbezüglich eine treibende Kraft. Er hat ja bis zuletzt versucht, den Eindruck zu erwecken, dass wir hier in Deutschland auf Kernenergie nicht angewiesen sind. Und da gibt es jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr interessante Neuigkeiten. Und zwar will Cicero, Sie kennen das Magazin Cicero, Cicero will das Wirtschaftsministerium auf Akteneinsicht verklagen. Also es geht um folgende Akten, es geht um die Akten, die sich mit dem Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke auseinandersetzen, also mit den Gesprächen, die innerhalb des Wirtschaftsministeriums stattgefunden haben. Ich möchte kurz aus dem Artikel bei Cicero zitieren. Cicero hat beim Verwaltungsgericht Berlin eine Untätigkeitsklage gegen das Bundeswirtschaftsministerium eingereicht und den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt. Das Gericht soll Habecksministerium dazu verpflichten, alle Unterlagen zu der ab dem 24. Februar 2022 diskutierten Möglichkeit einer Laufzeitverlängerung oder wieder in Betriebnahme deutscher Kernkraftwerke vorzulegen. Das hat, wie gesagt, das Bundeswirtschaftsministerium bisher unterlassen. Und das, obwohl diese Anfrage bereits im Juli gestellt worden ist. Also es sind jetzt fast, ja, beinahe, beinahe vier Monate vergangen. Zwei Monate hätte das Bundeswirtschaftsministerium Zeit gehabt, diese Unterlagen halt auszuliefern. Tja, und es kursiert mittlerweile eine Mail, also eine Mail, eine Wirtschaftsministeriumsinterne Mail, in der ein Fachmann sich äußert, ich möchte weiter zitieren, Habecks Mitarbeiter aus der Fachabteilung empfiehlt daher den Weiterbetrieb der AKW, der neben der Gaseinsparung zwei weitere Vorteile hätte. Die Strompreise sinken und der Netzbetrieb wird sicherer. Tja, Sie erinnern sich, Robert Habeck hat ja permanent behauptet, wir haben kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. Und mit diesen AKWs lässt sich dieses Gasproblem ja auch nicht lösen. Nun, viele Leute haben ihn diesbezüglich auch schon in der Vergangenheit für nicht ganz dicht gehalten, wie man so einen Unsinn von sich geben kann. Ja, wie gesagt, die Stimmen werden lauter, die sich da fragen, wer sitzt da eigentlich dem Bundeswirtschaftsministerium vor und was treibt diesen Mann? Denn von der Hand zu weisen ist es nicht, dass der Weiterbetrieb dieser AKWs den Strompreis senken würde und den Netzbetrieb sicher machen würde. Und mit dem Sinken der Strompreise würde selbstverständlich auch dieses Phänomen der Inflation eingedämmt werden können. Ja, also wenn die Produzenten wieder günstiger produzieren können, würden sie diese Einsparungen selbstverständlich auch an den Verbraucher weitergeben können. Ja, da fragt man sich, warum will Robert Habeck das nicht? Tja, Stichwort Great Reset, informieren Sie sich selber. Aber ich weiß es nicht, es gibt also keinerlei logische Gründe dafür, diesen Weiterbetrieb nicht zu forcieren. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir in den kommenden Monaten wahrscheinlich nochmal ein Wiederaufleben dieser Diskussion erleben werden, dass nämlich die AKWs weiter am Netz bleiben werden und dass voraussichtlich auch noch die stillgelegten AKWs, also die jetzt erst dieses Jahr stillgelegt worden sind, dass diese vermutlich auch wieder ans Netz kommen werden. Und wer weiß, vielleicht wird man in Zukunft auch noch darüber diskutieren, neue Kernkraftwerke zu bauen, um noch mehr günstigen Strom zu liefern, damit es hier nicht alles vollends vor die Wand fährt. Ja, jetzt bin ich doch wieder bei elf Minuten angelangt. Und an dieser Stelle, wie immer, der Hinweis, wir bringen auch ein richtig tolles Heft heraus, eigentümlich frei. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann kaufen Sie sich gerne ein Heft, kaufen Sie sich dieses Heft als Schnupperabonnement oder als Jahresabonnement. Wir würden uns freuen, könnten an dieser Stelle dann auch unendlich lang weitermachen. Ja, und wie immer am Ende dieser Sendung der Verweis auf meine beiden Schlager. Ich liebe CO2 und Steuern sind Raub. Klicken Sie drauf, teilen Sie diese Videos mit aller Welt, damit aus mir doch noch der größte Schlagerstar aller Zeiten und dieses Universums werden kann. Danke dafür vorab, alles Gute, bis demnächst und tschüss. Danke dafür, bis zum nächsten Mal.